Herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Heute mal wieder ein bisschen mit Geschwurbel. Es ist ein sehr spontanes Video. Also ich habe das heute aufgenommen. Sehr spontan, weil das Wetter ist sehr hässlich. Und ich dachte, dann könnte ich vielleicht ein Video hochladen. Dann habt ihr was zu schauen. Man geht ja heute nicht freiwillig raus. Nicht mal mein Hund geht freiwillig raus heute. Und ich habe eine Ankündigung. Endlich, endlich, endlich. Mein kleines Buch. Das ist fertig. Das hole ich morgen aus der Druckerei. Da kannst du es bei mir auf der Homepage bestellen. Ich liefere auch nach Deutschland. Da hat mich jemand gefragt. Ja, das mache ich. Es kommen dann einfach die Versandkosten noch drauf. In Deutschland wird das um die 3 Euro sein. In der Schweiz ist es glaube ein bisschen teurer. Ich weiß das nicht genau. Zwischen 4 bis 6 Franken. Denke ich mal. Hier hast du was in der Hand, was du alles wissen musst über Pulp. Es ist wirklich ideal für Anfänger, aber auch schon für Fortgeschrittene. Ich habe hier wirklich alles aufgegriffen, was so im Laufe der Zeit aufgetaucht ist, was für Erfahrungen ich gemacht habe. Und es hat ganz, ganz, ganz viele Bilder drin. Also es ist nicht viel zum Lesen, weil wir Kreativen möchten ja gleich beginnen. Das ist das zum Buch. Auf meiner Homepage findest du das? Schreibt mir bitte nicht hier in die Kommentare. Ich brauche eure Adresse, euer Name und dann ist es am besten, ihr schreibt mir ein Mail. Dann ist ja bald Weihnachten. Falls ihr noch kein Geschenk habt, es gibt natürlich auch Gutscheine für meine Kurse, für meine Workshops oder für Objekte, die man kaufen möchte. Und zuallerletzt. Die nächste Ausstellung steht an. Nächsten Freitag ist in Liestal die Vernissage. Nächsten Freitag. Ich muss schnell schauen. Von 16 Uhr bis 21 Uhr ist die Vernissage. Da ist jeder willkommen. Das ist wirklich immer sehr toll. Wir sind 73 Aussteller. Also die, die in der Nähe sind, schaut doch vorbei. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich einige von euch mal persönlich kennenlernen darf. Das ist das. Das geht bis zum 26. November, diese Ausstellung. Seht ihr auch auf meiner Homepage. Auch da könnt ihr gern vorbeischauen. So. Und nun geht's zum Video. Es ist ein Video, das ich bereits gedreht habe für den Mitgliederbereich. Hier zeige ich dir, wie du einen einfachen Kopf modellieren kannst. Das geht so ein bisschen in L'Oreal Style, im weitesten Sinne. Und wie ich den bemale. Ich hoffe, es ist eine kleine Inspiration, eine kleine Anregung für dich. Und am Schluss sehen wir uns nochmals. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. 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 Sonntag gibt es nochmals eine Weihnachtsdekoration, da bin ich jetzt aktuell dran. Eine Dekoration für Leute, die viel Geduld haben und eine Dekoration für ganz schnelle, wenn du noch keine Weihnachtsdekoration hast oder deine Geschenkverpackungen schön dekorieren willst. Da ist sicher was für dich dabei. So, und dann, nicht vergessen, das Buch. Es ist ein super Weihnachtsgeschenk. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Es ist mein allererstes Buch. Also ich bin blutiger Anfänger und ich bin mit allen Waffen gewappnet auf alle Kommentare, gut oder schlecht. Das bringt mich weiter, das bringt dich weiter. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Geniess den verregneten Sonntag, mach es dir gemütlich zu Hause auf dem Sofa oder werde kreativ, umarm deine Liebsten. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Tschüss zusammen. Vielen Dank, bist du dabei. Liken, abonnieren nicht vergessen. Und im Dezember gibt es noch einen Kurs von Kurzentschlossenen, die in der Nähe sind. Und ich würde mich sehr, sehr freuen. Alles Gute. Tschüss zusammen. Und jetzt habe ich einen Kurs. Jetzt in einer Stunde. Tschüss.